im ernst spiderman ach quatsch im ernst spiderman was zum teufel ach du scheiße die exe ist wieder frei bedanklich bei spiderman was für eine bedrohung das muss ein missverstimmte sein das kann nicht stimmen und so weiter wir lesen nicht jedes mal vor sind bis zur zeit weg ich hätte nie gedacht man hätten mal so zu sehen schöne stadt was eine stadt die ich fast zerstört hätte alles vergangenheit konnas jetzt ist die zukunft wichtig oder erst mal die gegenwart gehen wir in meine wohnung instanz wohnung mein guter doch schrei doch wenigstens wenn ich mit ihr abtauchen es regnet wir beeilen uns ein naps sprint funktioniert nicht mit dem typ auf dem rücken da vorne am band so da treffen getroffen ich hatte recht hab die nachrichten gesehen spiderman haut die achse raus war super verstehe nicht ich habe ihn doch nach beleuchtet gemacht ach so es war beleuchtet nicht ravenkopf habe ich jahrelang misserzählt tür-zu-tür-service ist nicht viel aber ein ruhiger ort zum arbeiten während sie das gegenmittel entwickeln wohnst du hier machen sie witze ich könnte mir hier nicht mal den schrank leisten ich hüte nur das haus über den sommer es gehört stan einem alten freund meiner tante mei also ich weiß ja nicht die andere option ist die rückkehr ins echsenlabor in der kanalisation das hier reicht wo sollen wir das labor aufbauen hier drüben ich schätze wir besorgen erstmal die ausrüstung für die arbeit am gegenmittel da ist der computer etwas alt aber er läuft ein paar bücher als referenz da drüben da ist auch eine kopie von spleiß des lebens bei und der fernseher schätze wir sollten sehen ob wir es in die nachrichten geschafft haben die exe persönlich aus der berleut nervenheilanstalt hilfe bekam er vom selbst ernannten ordnungshüter spider-man es gibt kein klares motiv für den ausbruch die polizei hat eine stadtweite suche nach diesen extrem gefährlichen flüchtigen gestalten anscheinend schon fantastisch jetzt halten sie dich für den schulden peter das ist alles meine schuld doch wenn wir beide ein heilmittel entwickeln werden wir helden sein ich rufe gwen an und schau mal was los ist warte wirst du es ihr sagen das muss ich noch ein weiterer grund für das gegenmittel was also was brauchen wir um ihr labor einzurichten zunächst mal meine forschungsergebnisse die daten sind auf einem tablet mit einem uroboros zeichen gespeichert es wird nicht leicht zu finden sein kein problem ich bin schon bei oscorp reingekommen ich schaffe es wieder peter sei vorsichtig wenn oscorp meine arbeit heimlich fortgesetzt hat wissen wir nicht was uns erwartet das ist nicht dasselbe serum das mich verändert hat es ist jetzt ein virus das habe ich gehört so bereit gott zu spielen du erinnerst mich an ihn deinen vater das ist gwen pete gwen schön dass es dir gut geht hör zu ich bin grad bei connors ich weiß peter alle wissen es du hast ihn aus dem gefängnis befreit es ist eine psychiatrie bist du verrückt geworden du weißt was connors dieser stadt angetan hat er hat dieses problem erst erschaffen und er kann ein gegenmittel entwickeln das ist nicht die echse das ist dr connors kann er meinen vater zurückbringen gwen ich vertraue dir peter aber ich kann ihm nicht vertrauen es tut mir leid ich hatte keine wahl aber er ist der schlüssel dir zu helfen und ich möchte dass du seine forschung für mich findest ich kann nicht dr smythe hat sie in die oscorp archive geschickt halt nur noch ein bisschen durch ich bin unterwegs beeil dich pete ich weiß dass wir unter quarantäne stehen aber wir sind wie gefangene smythe sagt er arbeitet an einer lösung ich hole dich da raus das hoffe ich gwen hat viel mitgemacht ich habe ihren vater ermordet peter sie haben niemanden getötet es war die echse ich möchte dir glauben wir müssen gwen überzeugen wo sind wir neues upgrade mal gucken neue nachrichten keine neuen nachrichten überraschungsangriff netzhüpfer netzsprint ihr braucht mehr timer zent ihr habt ja eben gesehen was das war als es heraus lief was ah ok muss aus dem früheren spielstand sein weil ich das eingesammelt habe am timesquare bei meiner testrunde so ich werde mit diesem kostüm spielen weil ich nicht wirklich lust auf den rucksack hab der rucksackgürtel der sieht so 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 nicht wie im film aus und ich würde mal behaupten an dieser stelle werde ich auch erstmal die erste pause machen weil es nur eine kurze aufnahme ist damit wir überhaupt mal anfangen können und nicht noch eine woche warten müssen also würde ich mal an dieser stelle sagen tschüss und bis zum nächsten mal Gwen und die Wissenschaftler stehen noch unter Quarantäne sie kämpfen gegen die Mutation durch das Atemkreuzungsvirus mit Gwens Hilfe erfährt Spider-Man dass Connors Forschungsdaten im Archiv von Oscorp gelagert werden aber nicht mehr lange und damit herzlich willkommen zurück zu The Amazing Spider-Man mir fällt gerade auf ich wollte noch kurz was nachsehen verdammt äh genau Helligkeit anpassen ja durch die kleinen Updates auf meiner Grafikkarte ist es wirklich etwas dunkel geworden beim letzten Mal ich bitte das zur Entschuldigung aber jetzt können wir auch gleich weitermachen ja ist gut auf auf und davon zur Stadt Peter warte was sind das für Dinger ach ja an denen habe ich gearbeitet bevor das ganze los ging ich nenne sie Spinnensender kurz gesagt wenn ich die an eine Polizei Antenne stecke sollte ich hören können was sie sagen sollte tja ich hatte noch keine Zeit zum ausprobieren aber besser spät als nie ich mache auf dem Weg zu den Oscorp Archiven einen Abstecher ja den Text hatte ich eben schon tü 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 verstehe ich nicht er hat ihn doch nach Beloid gebracht ach so da ist er auch schon geladen ich glaube ich werde die Dinger am besten immer dann vorlesen wenn mir das Laden zu lange dauert ein Turm und hier sind die angesprochenen Comics was ist das? gehst du jetzt mal da hallo du bist Spider-Man du kannst wohl wahrscheinlich eine Wand drauf klettern sag ich doch eins für die Sammlung die Antennenjagd beginnt ich muss alle drei verbinden um die Koordinaten zu bekommen eine reicht nicht ich muss mehr Antennen finden na toll jetzt wollte ich ganz lässig von der Antenne weiter schwingen und er meint er müsste erstmal wo zwischen stoppen na ok am besten erstmal ein paar Momente Freifall genießen ich habe ja gerade ein RB gesehen was meistens heißt da müsste ein Comic in der Nähe sein oh Gott habe ich schon erwähnt dass mir die Kamera in diesem Spiel viel zu nah an diesem Spinner dran ist äh weil boah ey da kann ich auch gleich First Person spielen das ist oh guckt ich bin ein Filmfigur und deswegen ist meine First Person etwas weiter draußen krass wie gerade die Framerate einbricht äh ne das geht so nicht weiter ich brech nochmal ab Spiderman Spiderman macht was auch immer ein Spiderman kann schreit ein Web und er schreit 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 hier kommt ein Spiderman und er schreit und er schreit da ist ein Comic Heftlein und ich habe es verpasst dafür bin ich ganz zeitlich auf dieser Flagge gelandet Ja, dieser Netz-Sprint ist eine super Sache, wenn man ihn beherrscht. Ich tue es irgendwie nicht. Ich bitte auch zu entschuldigen, dass ich das nicht tue, aber ich glaube, ich werde es auch nie lernen. Zwei Antennen. Man braucht zwei zum Tanzen, aber drei zum Triangulieren. Äh, ja. Die Frage ist nur, wer will heutzutage noch triangulieren? Ich weiß noch, damals, als ich... Sei ruhig! Damals, als ich noch einen Nils-Bobenhof getroffen habe, auf der Gamescom, da hieß es ja dann auch, ne? Da hieß es auch, wie wäre es mit einem flotten Dreier? Und er fand das ja total, also... Er fand das nicht lustig. Egal, das Foto mit ihm habe ich trotzdem gekriegt. Äh, okay, jetzt habe ich extra Netz-Sprint angemacht, um die Comic-Seite zu treffen und irgendwie habe ich sie trotzdem nicht getroffen. Warte nochmal. RW. Wer sagt, Print ist so gut wie tot? Ich sag das. Ernsthaft? Um nicht zu sagen, echt jetzt? Ja, was haben wir denn hier? Apropos, Print ist so gut wie tot. Das Gebäude, da kenne ich doch. Das ist witzig. Es steht sogar an der Stelle, wo es im nächsten Spiel auch stehen wird, wenn ich mich an diesen einen Screenshot erinnere. The Daily Bugle. Übrigens auch eine sehr schöne Viral-Kampagne. Könnt ihr bei uns im Blog nachlesen, was sich da jedes Mal ausgedacht wird. Ein bisschen zu viel Schocker in letzter Zeit, aber meine Güte. Besser zu viel Schocker als gar nichts. Wobei diese ganzen Mr. Hutchins Zwischenrufe nerven. Oh, der Hubschrauber ist natürlich jetzt sehr praktisch, weil es gibt ein Bild vom zweiten Spiel, wo der Hubschrauber hier lang fliegt, Spider-Man an ihm dranhängt, man da das Daily Bugle-Gebäude sieht und da den Oscorp Tower, der übrigens im nächsten Teil viel hübscher aussieht. Und wenn ich mich recht erinnere, da unten ist diese tolle Dings, da muss hier doch noch was anderes in der Nähe sein. Und zwar... Was ist das? Noch eine Antenne? Super! Okay, dann war es eine der anderen Antennen. Schade. Yeah! Spinnenhotline in Betrieb. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich finde übrigens... ...möglicher Diebstahl gemeldet. Over. Bitte komm, ich wiederhole. Riesige Nashorn-artige Kreatur klettert auf das Dach des Parkhauses. Ein Nashorn, was? Dann sollte ich mich lieber beeilen. Kein Spider-Man-Spiel ohne Rhino, ich sag es immer wieder. Gut, Nashorn, ja. Markieren wir mal. Ich wollte sagen, die Brustspinne, ne, aus The Amazing Spider-Man fand ich super. Ich meine, gut, ist nicht die klassische Spinne, aber sie fliegt so schön ins Konstüm ein. Möglicher 10-22, täglicher Angriff gemeldet. Over. Jetzt weiß ich, was sie vorhaben. Die werden überrascht sein. Äh, ja. Gut, dann nehmen wir uns erstmal das kleine Verbrechen da hinten vor. Von denen gibt es ja endlich in diesem Spiel, was nicht heißt, dass ich alle erledigen werde. Aber zumindest bei ein paar können wir ja mal dazwischen funken. Willst du zahlen oder sterben? Nein, ich habe alle Forderungen erfüllt. Das muss ein Irrtum sein. Wo ist das Geldschwachkopf? Hä? Bitte, ich wollte zahlen. Wirklich. Ah, da unten. Kann ich irgendwas Großartiges machen? Ne, na dann. Komm, du bist jetzt bestimmt Brüder, oder? Tu dir selbst ein Gefallen und falle um. Also los! Vielen Dank, Spider-Man. Die Hauptsache ist, dass sie noch leben. Immer locker bleiben. Davon will ich einen Abzug, ja? Gut. Was, hey? Darf ich jetzt gehen? Vielen, vielen Dank ich. Danke. Das ist aber nett. Yay! Einmal jubeln. Hurra! Woohoo! Woohoo! Standing Ovations! Woohoo! Und jetzt eine Ola-Welle. Komm, nur wir zwei. Woohoo! Äh, ich muss dann weiter. Großes Nashorn und so, ne? Bis dann, Bürger. Jibiii! Und vorbei. Dann gewöhnen, Junge, dran gewöhnen. Wo ist sie? Da ist sie. Einmal in die Richtung, in die wir müssen. Okay, das müsste passen. Hoffentlich. Das ist noch eine. Ähm. Okay, komme ich irgendwie schneller. Die Wand. Oh, wow. Ganz sachte, ganz sachte, ganz sachte. Nein, nein, nein. Alter! Ich will doch nur, dass du schneller krabbelst. Kannst du irgendwie schneller krabbeln? Richtig. Gibt's hier irgendwo Einstellungen? Einstellungen. Gibt's hier irgendwo Steuerungen? Mal gucken. Netzangriff, Netzschuss, springen, angreifen, Kamerasteuerung, kann man so interagieren, ausweichen, Netzsprintmodus, schneller Netzsprint, warte mal, welche? Ah, okay. Netzschwung, Haltefoto, Foto ist auch interessant. Netzrückzug, Bewegung, Steuern. Okay, nix mit schnell machen. Hm, mit Fotos auch noch nix. Gott, bin ich doof. Aber das war eben ein Netzsprint, wie man ihn eigentlich anwenden sollte. Mitten im Freiflug mal eben erbeten. Die sind teurer geworden, aber jeden Cent wert. Naja, okay, da lässt sich drüber streiten. Ich kaufe sie heute zwar immer noch, aber... Wünscht sich noch jemand den schwarzen Anzug zurück? Hallo, Großer! Boah! Äh, okay, falscher Fuß. Nochmal! Okay, ich seh schon. Wir können ausweichen. Das ist... Die Trucks sind schwerer als die Autos. Aber ob das reicht? Ja, was? Ah, okay. Plan, 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 Plan. Komm her! Das Glück klopft nur einmal! Ich klopfe dafür so oft es geht! Und zwar immer auf die zwölf! Wow! Lass uns bloß keinen Fetischfilm mit draus machen, nur weil ich den mal kurz auf den Hintern gebe, ja? Ah! Los, Horninashorn! Wutz, wutz, wutz! Wenn der Wagen wackelt, kommt Spider-Man angedackt! Da-da! Ja! Hey! Junge, hör auf mit Sachen nach mir zu werfen! Hab ich nicht gesagt, du sollst deine Nase nicht in fremde Wagen stecken? Böses Nashorn! Böses Nashorn! Überraschung 1 war in der Zeit von mir! Also das Schmerzen sind die Nase�나! Oh! Bye, zwei, drei, drei, vier! Beeindruckend, was? Hm! Ah! Das ging jetzt relativ schnell... irgendwie so unerwartet. Ha! Ha! Okay, als nächstes ist das Auskop-Archiv angewählt! Und ich bevorzuge aber erstmal, bevorzuge ich überhaupt irgendwas? Das da!